Auf der Weltklimakonferenz COP27 im ägyptischen Sharm el-Sheikh haben führende europäische Politikerinnen und Politiker ihr Engagement beim Kampf gegen den Klimawandel bekräftigt. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, forderte die Industrienationen auf, dem Beispiel der EU zu folgen und dem globalen Süden Klimafinanzierung zukommen zu lassen. Der globale Süden hat die Ressourcen im Überfluss. Wir sollten uns zusammentun. Aus diesem Grund schließt die Europäische Union neue Wasserstoffpartnerschaften mit Ägypten, Namibia und Kasachstan. Aus diesem Grund unterstützen wir Partner wie Vietnam und Südafrika bei der Dekarbonisierung ihrer Volkswirtschaften. Wir müssen das Pariser Ziel erreichen. Und Europa bleibt auf Kurs. Wir werden unsere Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent senken. Klimaaktivistinnen und Aktivisten befürchten, dass bei den Gesprächen eines der dringlichsten Probleme nicht angemessen behandelt wird, das Abfangen der von der Klimakrise verursachten Schäden und Verluste in den Entwicklungsländern. Die Entwicklungsländer und die Menschen an vorderster Front fordern schon seit über 30 Jahren Finanzmittel zur Bewältigung von Verlusten und Schäden, also noch bevor das Pariser Klimaabkommen von 2015 vereinbart wurde. Und jetzt haben wir auf der COP27 die Gelegenheit, uns zu entscheiden. Entweder wir ergreifen Maßnahmen, um die Gemeinschaften an vorderster Front zu unterstützen und die Verluste und Schäden, die sie erleben, anzugehen, oder wir schieben es erneut auf die lange Bank und verzögern das Handeln noch weiter. Im Oktober waren die Temperaturen in Europa die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen. Das sagen die am Dienstag vorgelegten Daten des EU-Klima-Monitors Copernicus. Demnach lagen sie fast zwei Grad über denen des Referenzzeitraums der letzten 30 Jahre. Demnach lagen sie fast ein.